Guten Morgen Internet! Willkommen beim wunderschönen Music Monday! Und dafür haben wir heute Lara Loft zu Gast! Hallo! Anni ist auch hier, unsere YouTuber-Praktikantin. Wie läufst du bis jetzt, Anni? Was würdest du sagen? Bitte rettet mich! Wow! Äh, Lara, willkommen! Ja, danke sehr! In diesem Sinne, wir spielen heute ein Song-Quiz. Danach haben wir auch noch eine Performance von dir, denn du bist eine sehr begabte Sängerin und Rednerin und Gamerin und du hast eine wunderschöne Haarfarbe und deine Augenbrauen passen dazu. Aber das ist alles natürlich, die Haarfarbe. Jetzt hört auf! Ja, gut. Menschen, die alles können. Lara ist voll die Doofe. So, jetzt haben wir sie wieder zurück auf den Boden. Alles gut. Wir kriegen heute YouTuber-Songs vorgespielt. Wie gut seid ihr im Thema YouTuber-Songs? Du hast ja auch einen YouTuber-Song, ne? Ja. Kommt mein Song? Fand ich geil. Ansonsten, ich kenne alle Songs von Katja auswendig. Ich bin großer Fan. Rest schwierig. Ich hab auch einen Song, ne? Wisst ihr das? Wie? Nein. Das hab ich auch nicht. Gut. Sollen wir anfangen? Okay. Das Spiel läuft wie immer. Wichtig für dich, Lara. Bitte. Keine Hoverhand, weil sonst rastet Kelly aus. Ach so. Du sagst immer, dass ich ausraste, aber du bist immer der, der sich daran erinnert, das zu erwähnen. Ja, weil du sonst böse bist und dann ist der ganze Tag am Arsch. Excuse me? Ja. 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 Dagi Bee. Wow. Freddy. Krass. Ich hab so die Aura, weil Dagi gestern noch da war. Ja. In diesen vier Wänden. Und ich hab das so gespürt direkt. Krass. Hast du so eine Connection zu der? Nö, ich nicht. Die ist mir entfolgt auf Twitter. Wow. Kröse gehen raus. Ich wär mir auch entfolgt. Ach, wir folgen. Genau. Schau mal, wie viele Frauen du jetzt einfach um mich rum hast. Dagi, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, ey? Okay. Ich find das gut. Können wir die behalten? Nee. Nee. Du bist vier Minuten in der Sendung, Alter. Wie? Nee. Oh Gott. Was? Oh, Dad Adam. Halleluja. Was? Halleluja. Heilig. Nee. Sagen wir den Namen dazu? Ja, nein. Wer singt? Wer singt? Weil ich glaube, diese dummen Titel sind zu krass. Boah, das war kurz. So hat sich... Wach. 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 Official Soundtrack. Ich dachte erst so, Wach. Ost. Hä? Bis ich drauf gekommen, wenn das Official Soundtrack heißt. No. Das jetzt erst. Echt? Man schreibt doch nicht Ost. Ich dachte, das wäre so ein Ostdeutsch. Ja. Ich dachte, das ist so... Wow. Ach, keine Ahnung. Ehm... Hallo Lara. Wie geht's hier oben? Willkommen in der Welt des Films. Voll schön, um heute zu sein. Und sie ist so... Twitch? Kennt ihr da jemanden? Ja. Nein. Ja. Machen Twitch-Filmer-Songs? Wenn sie ertönt, ist eine Save, das wieder gleich schlippt. Juh. Juh. Oh, was war das? Juh. Juh. Nicht mal gedrückt. Juh. Ich habe gedrückt, ihr habt sie noch nicht gesehen. Ich wusste es. Ich könnte das... Meine Gehirnzellen brauchen viel zu lange, um überhaupt irgendwas zu verarbeiten. Ich spüre auch alle Schläge, also vier Sekunden später. Du checkt doch erst nach dem Drehblock, dass sie hier gedreht hat. Ich so fragt, das wäre voll anstrengend. Siehst du so diese Videos so... Oh, oh, das ist passiert. Hä, wann war ich denn da? Ich bin noch ganz zu warm. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich bereit. Ihr seid dazu eingeübt. Oh. Lochis. Ach Gott, ey. Wie krass ist das denn? Meine Güte. Kelly! Game over. Wir haben Gäste, Kelly. Was denn? Was denn? Ich brauche das. Ich flüssele das gleich einfach schnell zu. Damit wären dann so... Ja, stimmt! Lochis, Mensch! Wir sind jetzt... Wir sind jetzt einfach... Keiner hat es gewusst. Ich wusste es. Nächster Punkt mach ich. Diese Songs bis auf die letzte Note. Nicht drücken und überlegen. Das passiert nicht. Sorry. 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 Reset die Button. Ich glaube, ich will mich noch entschuldigen. Sorry. Leute, sorry. 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 Ich kenne den Song, deswegen... Ach so. Ja, klar weiß ich, wer es ist. Haben wir jetzt noch mal die Chance Nummer eins? Ja. Kelly ist raus jetzt. Kelly ist raus? Okay. Was? Vielleicht habe ich noch mal raus. Oh Mann! Finde ich super. Ich weiß das nicht. Oh, wen war das denn noch mal? Ich kenne das auch. Emrah? Ja. Stimmt! Ja! Crazy Emry 2! Oh, Crazy Emry 2. Oh mein Gott. Crazy Emry. Lara ist so... Ich habe geraten. Ich habe geraten. Ich wusste, dass Emrah einen englischen Song rausgebracht hat. That's all. Ich war so, okay, weg. Höchstens. Einer hat er gelöscht. Einer hat er gelöscht. Das war nämlich genau der. Ja. Okay. Hey, das sind doch keine... Das ist ein Cover von irgendeinem YouTuber. Ach so. Oh, dann ist es Danergy. Okay. Als ob. Das ist jetzt stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ach so, Johnny. Wer hat das noch mal gemacht? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Darf ich? Ja, ja. Du brauchst das nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Inscope. Nee. Doch. Oh. Ernsthaft? Ja. Das ist Inscope? Können wir da noch mal kurz reinhören? Das ist gar nicht irgendwie Inscope. Nein, Freddy. Inscope? Ja. Ja, also, wer ist Inscope? Ich habe es in der Literanz gesehen, deswegen... Das ist wirklich praktisch. Das ist dieser Gronkh, der manchmal streamt auf Twitch. Das beste Spiel für jetzt. Quatsch! Gronkh hat auch einen Song rausgebracht. Stimmt, ja. Ja. Vielleicht kommt er ja jetzt. Dann müsst ihr mich drücken. Der, der Elektro-Titel findet... Mann! Oh Gott, Entschuldigung. Das ist Jay. Oh, scheiße, ja. Oh! Der Song war so gut, das Video war so heftig. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist die Robbe vom Julien-Boom. Boah. 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 Wieso seid ihr so schnell? Was habt ihr für Gehirnzellen-Verbindungen? Es ist halt eingeübt. Wir machen das jeden Tag. Ich glaube, wir haben das schon ungefähr 250 Mal gemacht. Ja. Wir haben das tatsächlich schon sehr viel gemacht. Ich glaube, langsam hat niemand die Chance gegeben. Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Oh Mann! Oh Mann! Das hätte ich jetzt auch gewusst. Das hätte ich jetzt auch gewusst! Das hätte ich jetzt auch gewusst! Das hätte ich jetzt auch gewusst! Oh, Mann! Ich weiß nicht, ob man es zählen kann, aber ich hab das einfach 10.000 Mal gehört. Klami! Klami! Ich kille deine Crew, warst du Crew-Zember-Mob mit MBS? Marcel, zu dem Scorpions-Beck in Charge. Echt? Welcher von denen? Ich dachte, das war einer von... Welcher von denen? Naja, der hat ja auch multiple Persönlichkeiten, das war echt alle einzeln. Ich hätt Apparat gesagt. Echt? Hat er einen Song rausgebracht? Apparat? Ist der nicht Sänger? Ja! Oh Gott! Ich kenn nur seine Fortniter. Letzte Runde, komm, 8-fache Punktzahl für Lara. Bitte, was für mich? Alle drücken nicht. Ist das meine Null da? Ja. Okay, wir drücken erst nach 5 Sekunden mit Lara zu sein. Ich bin nicht so schlecht. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab das eigentlich keine Ahnung. Ich hab das eigentlich keine Ahnung. Alle machen hier auf Musiker. Aber ich bin nur ein YouTuber. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber ich bin nur ein YouTuber. Aber ich blem lieber YouTuber. Ist das nicht dieser eine? Ist der eine, das wurde ein? Oder ein Lala? Ja, aber ich doch nicht. Es ist dieser Anders, nicht dieser Reportage. Gibt's nicht so jemanden, der so Reportagen heißt? Rike Anders macht doch keine Disstracks. Oskar! Lara hat gewonnen! Oh ja! Bunte, Lara! Das ist Oskar. Gegen das Schlechtgefühl. Mit dieser tiefen Stimme. Kannst du das noch mal abspielen? Kannst du das bitte mal abspielen? Warum? Sind das nicht zwei? Was? Was? Das ist doch nicht Oskar. Wow, Oskar! Wahnsinn! Kannst du auch so beeindruckend rappen? Oder eher weniger? Was hast du jetzt vor mit uns? Sing, ich singe ja was. Was singst du, Lara? Ein Coversong tatsächlich. Ganz andere Richtung. Von Skyrim. Ja! The Dragon Ball Home Comes. Auf Englisch? Auf Englisch. Zum Glück nicht Französisch. Ey! Knappes Ding. Du bist halb Französin. Ich weiß. Das wusstest du? Das hast du nicht gemerkt? Ja. Das sind die kleinen Sachen. Du hast wahrscheinlich gegoogelt. Genießt die jetzt. Was ist denn Lara? Genau. Es ist gerade voll nice. Ich bin mega Skyrim-Fan, mega Lara-Fan. Ich halte mich fest, wo sind meine Windeln. Packt jetzt auch eure Windeln ein. Denn... Jetzt wird's windlich. Hey! Guten Morgen Internet! Ich sing jetzt für euch The Dragon Ball Comes aus Skyrim. Let's go! 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 Wow, das war emotional, ich fühl mich so als wie Skyrim, als er geboren wurde, verdammt noch was Skyrim, du kleine Sau. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welcher euer YouTuber-Lieblingssong ist. Außerdem, danke Lara, dein Kanal alles ist unten verlinkt, Twitch, dein ganzes Leben ist da unten verlinkt, dein Twitch-Kanal alles, also wenn ihr Lara noch weiter sehen möchtet, haben wir euch geholfen. Und Leute, also Lara, kannst du in so einer Synchronsprecher-Ansager-Stimme sagen, dass die Leute hier einen Songquiz, also eine Playlist von allen Songquizes finden und eine How-To-Music-Folge? Hier findet ihr alle, keine Ahnung, ja, das war voll gut, hier findet ihr alle Playlists, nee, hier findet ihr die Playlists aller anderen Songquizes und eine How-To-Music-Folge, oder so. Ja, das war ja so ein bisschen, mega geil, danke, dass du da warst, Lara. Danke, dass ich da sein durfte, ich habe leider nur einen Song gewusst, oh schade. Aber das hat gereicht und die nächste Song. Ich habe gewonnen, oh das ist schön. Nee, war schön mit euch, danke. Wir sehen uns später. Yeah.